Ah, das Haus ist fertig. Das Haus ist gerade größer geworden. Oh Gott. Warte, dein Haus auf Platz. Okay. Ich kann zwei Kinder haben. Oh, ich will gar nicht wissen. Wir haben Post. Dank daran, dass das Tierfest findet morgen um ab 9 Uhr statt. Ja, guck mal, das passt ja. Suki wollte Rosenkohl haben, den kriegt sie jetzt auch. Ach. Ich glaube, da machen wir dann nochmal Ananas und nochmal Rosenkohl. Hm. Dann machen wir dann nochmal Ananas und Rosenkohl. Hm. Da. Da. Ja, und die Lilien. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Kohle bringen können. Hä? Ja, das passt. Also, Rosenkohl, Ananas und Lilien vor allem. muss man nur mal gucken, wie viele Linien bringen. So. Ähm. Was war das jetzt? Ananas, ne? Ananas, habe ich gesagt. Ananas, Lilien, und noch mal Rosenkohl oder Rotkohl das ist so doof dass man das hier einzeln klingen muss hab ich Dünger? Dünger ist schon recht teuer, ne? Wieso ist das zurückgehen? Was ist denn, wenn ich jetzt so mache? Das geht nicht Das ist bisschen doof So, kaufen Ach, musste abholen Ach, Dünger, ach mein Gott, so, End Düngerlager, so Ach, Düngerlager Boah, ich glaube es könnte sich eher lohnen, hätte ich Ananas gehabt, ne? Dass man sich, dass ich irgendwann mal offline ein bisschen Dünger farme Dass ich dann erstmal Dünger habe Und Ja, wie gesagt, dass ich erstmal ein bisschen Dünger habe überhaupt Auf Dauer immer den zu kaufen, ist ja auch nicht so ein Zweck der Sache Das stimmt, aber Das war's für heute. Das kann ich besser nächstes Mal so machen. Ich glaube, das ist viel einfacher. Ich nehme das mit, weil ich nicht will, dass der es eventuell nochmal anbaut. Ich weiß nicht, wie lange die Zeit da noch reicht, bis sich das nochmal anbauen kann. Beziehungsweise, wenn das doch zu spät ist zum Ernten, dann bringt das ja nichts. Nichts, wenn ich das dann so mache. Pilze sind reif. Okay, die Gliedien werden gleich mal gemacht. Geht. 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 Pilze sind in Mache. Ein Wein ist fertig. Durian-Wein. Machen wir das so. Ja, die werden zu irgendwas verarbeitet. Ich weiß noch nicht was, aber zu irgendwas werden sie verarbeitet. Das kann bis dahin da rein. Das wird eventuell Dünger. Bis auf den Rosenkohl. Ich glaube dem... Lege ich den ein? Oh, daraus Kimi-Chi kann ich mir Google-Decker vorstellen. Ah, der Kies ist fertig. Ja, sonst ist nichts fertig. So, jetzt gehen wir mal zum Schreiner. Und ich frage mich, was das jetzt nochmal kostet, es jetzt nochmal upgraden zu können. Haus aufwerten. Boah, zwei... Wobei, hätte ich sogar. Aber die Kohle habe ich nicht. Innenraum und außen. Zusatzliche Verbesserungen im Innenraum und außen. 120.000. Ja, jetzt heißt es erstmal sparen. Und Gold baren vor allem. 120.000. Stolze Summe. Kriegen wir aber auch hin. Weiß ich noch nicht, wie lange es dauert, aber kriegen wir auch hin. Stolze Shopper. 2.000. 2.000. 3.000. 3.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Ist die Kasse da? Könnte man ja locker hier sein Schlafzimmer machen. Jo. Auf jeden Fall kann man sich das jetzt da schön einrichten. Das packe ich mit da rein. 120.000. Ich denke gerade am Krübel, wie ich diese Kohle zusammenkriege. Aber ich weiß auch noch nicht, wie viel der weiße Hai bringt. Das wäre auf jeden Fall echt interessant zu wissen, wie viel der bringen würde. Ich glaube, wir hacken mal ein bisschen ein paar Felsen kaputt. Hm, ob das mal vielleicht ein paar Geonen bekommen könnte. Gut, dass ich den nicht mehr brauche. Genau, hier hochgehen. Das scheinen sie gefixt zu haben. Früher konnte man da irgendwie... Irgendwie hing man da immer fest. Warum auch immer. Ja. 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 Ich bin halt. Nein, diesmal gehe ich nicht da lang. Mittlerweile könnte man noch mal gucken, ob es doch vielleicht noch andere Tiere gibt. Ich habe das Gefühl, das ändert sich manchmal. Zu Jahreszeit wechseln, so langsam, wobei wir noch Mitte des Jahres, Mitte des Sommers hier in dem Spiel. Aber ich glaube, da hat sich nichts getan. Ich denke mal unter Wasser auch nicht, ne? Ne. Was ist das mit Fisch? Ne, auch nicht. Man könnte Jasper von den Riesenhai ermangeln. Ich glaube, das machen wir auch. Boah, Hartholz hätten wir sowas von 200 Hartholz. Kann ich nur lachen. 200 Hartholz. Oh, guck mal, der kann weg. Bringt ja nicht viel. Hab ich den schon mal geguckt, wie viel der bringt? 420. Den habe ich aber noch nicht geguckt, ne? Ne. Den verkaufe ich jetzt auch nicht. Was bringt der Stör? 480, ist jetzt auch nicht so viel. Der wird mir jetzt mal interessieren, der Riesenrochen. 1690. Puh. Nett. Den kann man auch ruhig züchten. So, wir angeln Jasper von jetzt. Vielleicht können wir einmal den Riesenhai dadurch verkaufen. Gibt es Neuigkeiten über die Brieffragmente? Ich habe sie alle gefunden. Wow. Oh. Oh, du hast es geschafft. Es hat weder im Wald noch im See Hinweise gegeben. Alles klar, diese Sprache ist verwirrend. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Gibt es etwas Zeit? Und ich schaue, ob. Oh, ich weiß. Ach, suche ich. Warte mal. Stimmt. Sie wollte das ja noch haben. Ne, das müssen wir noch vorher machen. Die wollte ja Rotkohl haben. Das darf ich nicht vergessen, dass Suki Rotkohl haben wollte. Äh, ach nee. Ach. Ach. Ich bin im falschen. Sie wollte Rotkohl haben, sie kriegt Rotkohl. Äh. Äh. Wo ist sie eigentlich? so. Quest erfüllt. Tja. Tja, den Rest können wir noch nicht machen. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal einen Hai angeln können. Vielleicht. Eventuell. Das ist schon lustig, dass man mit so vielen Leuten eine Romanze anfangen kann. Einfach mal mit jeden. Warum nicht? Gucken wir mal, ob wir den weißen Hai nochmal angeln können. Vielleicht können wir den Auen dann auch nochmal mit in die Zuchtbecken werfen. Ein Clownfisch. Ja, bis 18 Uhr ist er noch da. Oh. 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 Ausgerechnet der ist sogar Doppelfang. Wie ärgerlich. Ich kann eine Barracuda nicht mehr sehen. Den kriegst du so oft hier. Und dann können wir den Auen. Ah. just es hier. Naja, der Riesenhai ist halt ein seltener Hai, ne? Und nochmal. Bis 18 Uhr haben wir Zeit. Oder war da... Ne, warte mal, wir haben jetzt abends, ne? Ach, das ist der Octopus. Ach, wir machen das jetzt einfach bis 18 Uhr und dann ist gut. Wenn ich überhaupt schaffe, ihn zu angeln, ist die Frage. Ansonsten macht das ja auch nichts, wir züchten den Jahr. Ja. Na, jetzt lässt er sich nicht mehr fangen. Aber... Ich glaube, dafür sein anderer Betreter, ich glaube, der lässt sich jetzt noch fangen. Man kann ja zwei Fische fangen. So ist er nicht. Ach ne, bis 16 Uhr sogar nur. Okay. Okay. Wir können mal ihn versuchen zu fangen. Und mal schauen, ob der was Gutes droppt. Äh, beziehungsweise gut Geld bringt. Darum tut er ja nichts. Manchmal bin ich schon hier so... Ah, droppt das wie ein bisschen was. Ich hatte doch mal Bock, wieder Monster Hunter zu spielen. Jetzt scheint hier auch momentan voll wieder in zu sein. Finde ich Monster Hunter World. Ich habe sogar eine Playstation 4 in Monster Hunter World Design. Weil ich die unbedingt so haben wollte, die Pro. Ich bin in der Dass die Makrele auch so ein Terz macht. Ich habe aber gar keine Post mehr von ihr, was sie gerade da am Hafen angelegt hat. Aber ich glaube, seit dem zweiten... Ach, seit dem zweiten Jahr nicht mehr. Weil sowas nehme ich immer gerne mal mit. Kann man mal machen. Ah, die Sachen haben wir nicht. Man kann auch genauso gut jangen. Ich habe keine Lust mehr, aber das ist halt nicht kaputt. Man kann auch so gut Lions leben. Wir kriegen jetzt ganz viele Yen und nachdenklicheit. Nönergleichen soztieren. Das ist wichtig, wo ich vor allem, ich kann doch nicht die Wundermenskunde esdien. Und das ist eigentlich weil ich hier nicht leide. Ich glaube, ich habe die Wunderschöne. Und ich habe das Hecht für einen, ich habe schon diskutiert. Nönergleichen an den Nönergleichen, Ich habe die Wunderschöne und die Wunderschöne. Ach ja, schön gemütlich versuchen den Hals zu angeln. Sattine. Schon wieder die Makrele, aber niemals dieser Hai. Ich habe ihn ja, aber nur einmal. Ich dachte mir, so würde es vielleicht auch mit der Zucht schneller gehen. Und tschüss. Jetzt bist du schon wieder der Tittenfisch. Jupp. Komm, einmal machen wir noch. Nee. Nee, einfache Krabbe. Ich habe da auch nichts mehr fallen lassen, ne? Nein. Leider nö. Wir können auch mal ein bisschen Zucker und Salz machen. Oh. Denn irgendwann müssen wir auch mal einen Kuchen bangen. Vielleicht. Ah, guck mal. Ich habe gar keinen Käse gemacht mehr. Oh Mann. So geht das nicht. Äh. Was wollte ich noch machen? Naja. Da muss ich mal gleich mal einen neuen holen. Ähm. Was habe ich denn? Neue Lilien. Hm. Hm. So. Also wenn er viel bringt, dann kann man ja nochmal überlegen, den nochmal mehr zu machen. Ähm. 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 So. 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 wie viel das bringt. So. So. Mehlglückchen. Mehlglückchen. Ah. Der bringt wieder so viel Kohle. Schön. Komm. Ein bisschen Mayo kann man auch wieder machen. So. 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 Meine Güte, ist das dunkel. Aber ja. Die Zeit geht ja auch rum gerade. Die Zeit geht ja auch rum gerade. Ich weiß noch nicht. Habe ich den Clownfisch? Ja. Habe ich schon mal gehabt. Na gut. Habe ich auch gehabt. Den Fisch auch. Und die Krabbe auch. Kräle auch. Aber die Sardine. Habe ich sogar Lachs. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich Lachs habe. Muss ich auch noch abgeben. Wieso ist das nun? Habe ich normal Schneeglöckchen Honig gemacht? Ich meine nicht. Eigentlich habe ich den nie normal gemacht. Ich bin gerade ein bisschen verdutzt. Eigentlich habe ich noch nie den normalen gemacht. nicht. Untertitelung für funk, 2017